Musik Ich bin an überlegen, was ich jetzt sag. Ja, schon genug, dass du dir die Ansprache übernimmst, man merkt's. Hm. Ah, ich weiß es nicht. Also, ja, ich hab's vergessen. Egal, wir spielen auch. Ja, wir können ja noch mal da noch mal. Genau. Haben schon seit längerem Munds an Spaß. Die, wo meine Aufnahme sehen, sehen das vielleicht schon seit fünf Minuten. Die, wobei Nico jetzt erst dazu gekommen sind. Sie haben ja nicht gehabt. Haha, keine Rede. Nein, Spaß. Ja, genau. Jetzt will ich mich deprimiert. Wir wissen nicht, was sie tun. Wir wissen, was sie tun. Nein, es ist nicht. Nein, wir laufen in der Stadt und machen Tag, oder? Ah, alles klar. In die Richtung. Alles klar. Machen wir gar nichts mehr. Wo ist der Start? Da in die Richtung ist ein bisschen weiter weg, das wird interessanter. Ah, der da oben wird. Und ich sage that's euch. Oh, warte. beaut's euch wieder weg, das war doch jetzt nicht. Ich bin mehr da. Aber das ist das ein, die Feakötung von mir, das ist ein und ich habe da glaube ich noch gerne auf das ein bisschen die Treffer. Ich habe da gehört. Alles klar. Das ist die, die ich warte, die ich da bin, dann am Ende. Ich habe da oben etwas gekommen. Hilfe, ich habe da probiert. Ja. Okay. Da geht's. Wie geht's? Ich bin echt. Ich habe da oben. Aber mal. da war es auch gemacht aber in der Scheiße mann Fakt ist zu hoch alle bestellen aber es funktioniert bei der Wahl vorerstes Leisermann-Zentriegel schon oder David Wickel dass du ja so sein SDRG Stolz da oben es ist ja die Hälfte das ist ich bin so drückt und sie haben drauf gedrückt aber schon über die Leertaste natürlich gedacht er greift sich da irgendwie müssen wir auf ihn warten ja jetzt tut mal netzer als wenn du unfähig wärst da oben rennen coole peter am fährt aber warte ich will mir das pferd holen warte warte da trennen drei große mich auf uns zu spüren gerade bekommen ein besagt wie ging in den fahrer keine ahnung greift über die fücher warte als weise wieder ja wir haben hilfe von drei leuten kommt die uns mehr nach hat er ihr seid schon behindert mann ich will das pferd haben ihr seid spaß danke luka rat mal warum ich es mir geschnappt habe weil der david verdient hat wollt mir doch kein pferd gönnen leute weil ich dann alle abhängen weil du Dinge mit einem pferd du sie du einfach nicht tun sollst boah alter nein erinnere mich nicht darauf da war doch mal was in der zeitung ich weiß es nicht und ich bin glücklich drüber ich bin doch ein rechen er ist dabei au ich bin gerade berg runter geflogen deine mutter sie ist stolz auf mich ich wollte ich keinen nachdenken was gleich ich muss gerade drauf geben ja greift den marvin an rechen so ist es ich bin doch mal da mein horst aber ich habe noch kein fernst aber wieder sein ich muss ich muss ich muss greift lieber an jetzt ist es aber kein leben junge so mehr gibt es heute nicht sorry da ist es einfach hinlegen können der Helden Nö Nö wir hinlegen uns so leicht gewesen und das hab ich nicht gesehen ich halte Marvin, der schaut so unschuldig wir müssen auf Luca warten das hat null Ahnung, diese scheiß statt noch ein Stück weg oder drüben läuft was, das greift sich an hoffentlich nicht mehr die großen Dinge ich weiß es nicht, ich seh es ja nicht ich hab's getroffen naja, es ist klein oh mein Hund hol's das Wort oh mein Hund die verarschen, die scheiß Hund nicht getroffen haha oh man 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 die haben auch ich habe ein Hoh Hoh schon ich sehe, ich bin Wolltler auf welcher Seite ist auf welche Tasse sammelt man nochmal ein ich drücke ZF D E E Ich bin es von APB oder so, überall ich bin es von APB oder so, überall ich bin es zum Beispiel, ich glaube ja ich mache auch die Summalkung Prozent die Karte jetzt nicht solcher Ausrufe Prozent Jahr dort bescheuert wir waren kurz schnell drei und ich auch ich will ein Tier haben ich fühle mich so an der ewig langweilig und weil ich nicht so gut zu lange ja keine Ahnung wenn ich meine Lampe Einschaltungen auf F schweiz F für Lampe Lampe weißt du vielleicht gleich jünger Flaschner wir haben sie doch wohl aus dem Sinne Flaschleiter ich habe eine Taschenlampe und kann man das hauen nein es ist mit dem Regen ich verpöre die Erlöcke das Jürgen doch da ist ein ja auch mal ein Scheiß du hast es verdient achten so mehr ein Sammeln die Hörer muss er so an der Zeichnung der Ehe Kürzer anseite nein er hat ein Pferd Mauchen ich sagte die die Mannen gehört du brauchst dafür Futter woher kriegt man Futter von Tieren ich muss gehoffet was sind jetzt kommt die beste Frage wenn man hat weil ich habe immer noch kein Futter für ihren Tier er hat das weiß ich aber ich weiß was er halt drückt mal B und dann hast du hier oben Equipment Items in der Abwehr wirklich und dann das geht dann ist das mit dem komischen Hund ja das Hundteil und wenn er eben ein Item drin ist hast du ein Futter B.F.I. ja ich krieg eh kein Futter weil ich nichts aufnehmen kann bei euch es ist ja auch nicht ja bei mir lebt auch das war dies so oft wie ich vorhin F gedrückt hat vor und der zwei Mischung Jaha Wochen als ich habe ich fünf sechs mal F gedrückt um eine Lampe anzumachen das ist jetzt gerade an das an aus Ort auf heißt es war bei mir auch getrat Schöneleitung bei mir flüssig nehmen sogar auf ja ich kann das ging mir gehen auch so wie man steht mehr ich kann keine in der Anziehung der ganzen Toppen der Mabel Renten Pro Wurz umsonst das ist wir haben eine ganze und ich zieh dem nichts ich kommen war ich ja in der Tat was ein Sammer des Barriers sie sind bei der Rehreinbarkeit und ich habe Beria Paul 36 1 so ist also ich habe hier noch übrigens Prozent Eintens für den Tag neben der Rehreinbarkeit der Mensch war ja mehr in der Saison um die Stimme danke kein Problem das ist toll an doch jetzt nein hier ist es schwierig die Anfall um einverstanden ich kann man den Tag nicht öffnen also der Post zwischen Staaten wie kann ich es geht es in der Kette Marmels und was gehen ich nehme eure Krise hierfür das ist was wenn jemand aus dem also mich aus dem Motto ist und überleicht er hat können wir auch anders machen auf dem Markt er wird uns öfter dunkel und nicht mehr vorliegen müssen ich habe ein Pferd und wenn ich nicht vorhalten ich habe es vorliegt ist nicht er läuft es nicht sicherlich müssen die Rache einer Umstände ist es jedoch der ja so sei eine Liebsteine Pferde David es gibt und mit dem ich am halte das verstand war alles hast die vorhin so will durchgedrückt haben dann alles was da hinterlegt weil ich jetzt schluckt jetzt gerade auf nach fünf Minuten aber wo Standard ich bin zu mir ich Friedrichs da haben sie in den Baum Mauer und Lärm und Verlangen Scheiß geil, Bär. War ja nicht drum. Du, wer sonst? Ähm, nein. Oh, jetzt wird's laut. Ich weiß nicht. Oh, ach ja. Oh, wie laut. Das ist so laut. Ein Ämpel zu klauen. Und so hab ich Teenagers. Ich bin jetzt, wer hat Leute, ihr könnt's nicht jetzt machen. Oh, ich hab grad mal 86C. Toll, der mich nicht verarschen. 68C ist vollkommen ausführvoll. Ja, alles. 86 ist fast gar nichts. Ja, aber trotzdem was will ich denn? Ich würde gerne Waffe. Wenn der Waffe Krieg für 86 Junge. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab mir noch kein Geld und jetzt. Ey, ich hab. Maui, wir verkaufen. Wir haben einfach so gelitten als Fernkämpfer. Nein, weil wir jetzt so was aufnehmen. Nein, wir haben gelitten. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Man wenigstens ein Alpaka. Nee. Schreie zu rum. Wer ist? Nein, nicht du, Lukas, David. Also, hier ist ein Alpaka, Leute. Alpaka. Das ist ein Alpaka. Dieses Spiel bringt mich noch um. Geht ihr, die hat mal David verklatschen? Wo ich verklatschen möchte. Ich bin freudig. Fähig gut. Ich soll von Kreativität, wenn man neue Werder findet. Bei Klatsch, ne? Ich sitze irgendwo in der Stadt. Ich bin gerade zu Waffen, der Schlammschung. Nee, kann es nicht. Was kommt noch? Leute, das ist anders als Spaß. Das ist nicht morgen. So, hier war es mit Lachern. Ja. So, was gibt's denn hier? Nein, das gefällt mir nicht. Das ist so amazing. Kann ich mal wieder reden? Das mag ich wieder reden, Mami. Nein, nicht mit dir. Ach, shit. Das Paulus ist, dass wir hier hinten sitzen. 8,8 Damage. Wir machen wieder Rätsel. Sügt sie einfach weg. Servus. Oh, liebe Leute. Jetzt bin ich wieder da. Oder wo seid ihr? Jetzt hau ab. Jetzt hau ab. Jetzt hau ab. Die Jungs hau ab. Hau ab. Ich hau ab. Hau ab. Ich hab das gefällt dir, Mami. 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 Kann auch noch nichts mehr zu tun. Kann auch noch nichts mehr zu tun. So, Schau, Schau, Schau. So, Schau, Schau. Ich hab keine Waffe holt. Ich will lieber Level abkommen. Aufgeben wir weiter mit. Wo kann man sich wagen? Dinkovis mich heilen. Klärt mir mal ein bisschen, weil ich hab keine Ahnung von. Komm zu mir, ich hab' dir Waffen kaufen. Du stell' 12 und du willst, dass wir dir irgendwas erklärt. Ja, weil ich das Spiel noch nicht geblickt hab. Ich hab' ja nur vier Stunden lang gemetzelt. Auf M, kannst du dich auch etwas spätzünder? Komm zu mir, auf M machst du die Karte auf und siehst du mich. Ja, ja, der ist so. Ja, entschuldige du. So dumm bin ich jetzt dann auch wieder nicht. Was? Ne. Das ist ja schon fast. Das wird aber neu. Ich will das fast drauf. Nein. Ja. Weil ich die gängige Ziele hab' ich mir so gerade überlegt. Höh. Ich komm aber nicht auf dieses hessische Fass. Mann, du kannst du rennen mit der Tasche und warum. Jaha, ich, aber wenn ich die jetzt auskomme, dann den macht da die ersten Minuten aus. Oder ich hab' sie schon ausgemacht. Komm rein. Weißt du, das ist schwersteht für Waffe. Jetzt kannst du mit der Frau reden. Du musst mit der reden. Traut euch. Traut dich. Okay, warte. Niko. Was ist Marvin? Hallo Marvin. Hallo Marvin. Ja, du bist so ein Vollidio. Jungs, ruhig. Ich rede jetzt mit dir, okay? Also ich muss mich jetzt überwinden, ja? Ich versuche wieder auf meinen Fass. Das ist dein ganzem Schaum ein. Ja, genau. Hey, du. Wo ist nicht mein Gatt? Das ist in der Min-Inventar. Ja, ich hab's geschafft. Ich stehe drauf. Shit. In meinem Inventar? Ja, da steht unten diese R und S-Zahl. Nein. 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 Naja, ich schimpelst drauf. Nein. Ja, ich aber, ich aber, nein. Shit. Da würde ich auch. Ich. Guckern nach einer Rüstung. Du, 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 du. Gibt's da in der Aura? Die will schon aus und sieht irgendwie komisch aus. Findest du noch? Ich find's is sexy. Ja, warte. Sag's, ich glaub, du meinst schon gay. Das schaff's nicht mehr. Das schaff's nicht mehr. Haaaaaaah. Mach, eh, ja, ich bin da auf, komm auf Marvin. Das Spiel läuft nicht alles andere als flüssig. 5 er ja egal was ich mache auch weiter war aber das fandst du so es leuchtet blau wenn du kommen bekommen Buckele ich kann den Typ holen kommen wir hier mit der Nähe aber wenn du zu sehen damit werden heißt sie nicht Alles klar. Egal. Was? Nein, aber guck mal, der Markus, der kommt wieder. Ja, komm, ich gebe ein bisschen mit.